die er wird die was geht es ist wieder und er kommt auf die fresse über 60 und gut vor sechs jahren mitteleuropäische mit dem neuen erläutern und den neuen Mahalo-Trikot, wie ich sie jetzt mal nenne. Die Endnice, ja? Ja! Ja, aber ich glaube, dass die Kacke sind. Was auch wenn das Ronaldo oder so. Markley, Boney, Lala- nee, Henderson, Dedefeo, Damian, die Invertreter der Kelten, also der rechten Kelten. Son, ne? Wie ist das so? Ich hab' die gar nicht erkannt, weil ich dachte, die sind so'n random Koreaner. Ja, kleine Haare, so kleine Fiese. Der F.C.S. wieder, ne? Der F.C.S. Der Auftakt nach Mahl. Aber die Trikots, die sehen ja doch schon bis hierhin generell geil aus. Biss hierhin. 4-5-1. Ja, also 4-5-1 sich aber sehr offensiv bezeichnet einfach. Alter, wieso halten die Torhüter ich so unmenschlich teilweise? Lass uns mal sehen in der Wiederholung. Ja, Molle, Molle, Molle am Start, ne? Ja! 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 Sicher! Geh' aber mal rein. Bisschen Glück kann man den Torwart sehr gut von den Feldspielern an unserer Match unterscheiden. Das ist gar kein Problem. Das ist gar kein Problem. Ja, scheiße. Uh, Sonne, oder? Ups. Ups. Pss. Das Tor pfeift da natürlich ab, ne? Der kann ja gar nicht in die Arschtischung ziehen, beziehst du direkt die Rote, Alter. Das ist manchmal komplett unterschiedlich. Ich weiß, warum haben sie die Rote in der Arsch, also die Gelbe in der Arschtasche, und manchmal nicht. Und das ist doch mit dem verbissenen Blick, ey. Ups. 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 Was sind das eigentlich nur geile Trikots, ey? Das sind die besten aller Zeiten, ne? Ne, die besten aller Zeiten sind immer noch die grün-orange und von FIFA-Grün. Ja, wenn wir die nicht mal nur mal finden, dann weiß ich auch nicht. Ich wollte den Motiven nicht hin, dann können wir ja nachdrücken. Ja, weil ich schaue einfach auf den alten Aufnahmen. Irgendwo muss ich nicht. Okay, warum ich jetzt nicht draufgehe. Irgendwo muss ich das einfach aufstehen. No. Da sind natürlich so geil gespielt einfach. Und da kommt noch der Ärzte. Ich zeig's dir. Geh hoch. Oh. das war das ist richtig gut da wir sagen zu sein verteidiger sind die Kinder einfach und die Fliecher noch kündigst aber Du hast einfach Pass und der spielt einfach so einen halb hohen Pass und wo du einfach ganz normal Pass trinkst. Das ist manchmal so ein bisschen rainy. Rainn doch! Die hatten wir mal nicht aufmachen. Dann packst du einfach auch Musik drunter oder jedes Ton. Die wohnen dich. Ja doch! Oh, hat er ihn ausschlegen lassen? Kamera! Oh ne, Alter! Oh fuck! Auch mit davon ist er nicht klappt schon. Oh ne, Alter! Oh fuck! Auch mit davon ist er nicht klappt schon. Aber nur noch kurz. Der war stark, aber der geht an die Lande. Warum ist es jetzt so leicht zu sehen? Ah, ne? Kein Bock mehr, der geht, ne? Ja. Willst du umkommen, bitte, wer wie der? Ja, kein Bock mehr. Ich seh grad noch mal, wie der schön gegen eine Gästin zufrieden einfach drei geguckt. Ja. Ja, genau die hatten wir auch noch. Ja, das stimmt. Diese Endscheiß-Trikot einfach. Hier, da sind wir. Ja, ist schon klar, da kannst du ja nicht nachgucken, was welchen Ding sind. Ich diskutiere das jetzt mal nicht, ja. Nein, sie wird alle unentschieden auf den Aufstieg, ne? Ja, das stimmt. Du wirst ja so lange in der Liga bis ich's dann mal, äh, die wirst du den Titel holzt überhaupt nicht. Ja, ja, ist schon klar. Dann schaust du. Ah ja. Ja, ne? Das Spiel ist vorbei. Ich hab mal gewonnen. Souverän. Ähm. Ja. Wir sehen uns dann im nächsten Game, ne? Bis dahin. Oh, wiedersehen. die weiße dal Julie? Wie Monday. Die Energie ist da beispielsweise. Vielen Dank.